Manchmal fühle ich mich sehr allein auf der Welt. Ich weiß, wie es ist, allein zu leben. Allein mit sich selbst und seine wahren Gefühle nie zu offenbaren. Ich kann nicht mehr Teil deines Lebens sein. Ich kann nicht mehr Teil deines Lebens sein. Ich kann nicht mehr Teil deines Lebens sein. Untertitelung des ZDF, 2020